hallo und herzlich willkommen wir zuschauer zur zweiten folge lässt man standing im koop mit chris cookie wieder grüßt leute in der ersten runde hat mir chaos nicht ja naja wie soll man sagen etwas überlebt ja etwas zumindest schlecht wir sind 17 geworden in der letzten ja das richtig genau hey top 20 was will man mehr ja also ich muss ganz ehrlich sagen immer gewonnen ist bei mir so immer so top 10 das ist eigentlich schon so geworden also ok jetzt haben wir schreck der schießt jemand auf uns aber ist kein gewehr ja ist mir aufgefallen ist eine pistole drin kann man hier genau der aufgang zum dach ist genau auf der anderen aber die wir wollen woanders hin ich würde sagen wir reinen richtung westen weil im osten sind die ganzen leute dann hoffen wir dass wir gleich auf ein zelt stoßen damit man wehrwaffen und gewehr wenn es schlecht ja das wäre auf jeden fall nicht schlecht vor allem dieses acht fach kodos kopf was ordentlich das ist ein mediums kopf das lange ja genau das ist eigentlich ziemlich gut gefällt mir sehr nice da haben wir schon fast die schafft schützen quer ich merke immer sehr intensiv bei solchen spielen wie angespannt man immer ist weil man immer sehr konzentriert ist das ist kein redespiel sondern wirklich konzentration action und da kann es passieren ab und zu dass momentan schweigsam bist das passiert zwischendurch halt anders über minecraft ja das kohle abbauen und hier heißt was war das was was aber gute reflexe ja so alter ist hier kein zelt ist ja gar nichts und sendet um es auch nirgends bei diesen meistens nimmt der abfahrt oder da sind doch nicht das sind das sind stein glaube ich da sind sind wo siehst du denn hier im zelt also ich hätte in die spitze dessen hinbekommen ja ich habe zu bauen adlauen ok graf ausgestaltet oder nein bitte lass noch was drin sein draußen liegt einmal nichts und drinnen auch eine waffe endlich die nehme ich mir mal opa mir leckt auch bei mir auch spiel ist abgestürzt oder nein noch nicht glück naja das hat das neue war wirst du wart ich gebe dir die dann hast du auch eine besser dann brauchst du die pistolen munition hier das ist dein magazin ich habe 205 schuss brauchst du brauchst du bist ein buni gewähren muss hast da habe ich nämlich überhaupt nicht du hast ein gewehr oder ja da gebe ich die pistolen munition was ich habe wenn man das dann da ist du da ich gebe dir einfach mal 40 diese oder alles nimm ich habe jetzt können aber ballern aber das ist halt nahkampfwaffe ja also kannst du mal umschreiten auf einzel schuss glaube ich na gut aber naja ok ich habe nur drei schuss so geht es geht also immer ein drei schuss modus drei schuss modus wenn ich habe ist kein maus ist ein maschinengewehr war nur mit drei schuss hier ist halt wieder diese wo es halt nichts gibt aber ich glaube da unten neben dem bohrlaser dass das so wie immer ist ist glaube ich noch ein zweizeilter um den krater herum um den krater da ist schon eins da kann man probieren das lasst uns hoffentlich mal nicht brutzeln von dem laser so schon mal vor rechts wer kommt sieht gut aus was wenn wir wenn wir jetzt in diesen laser strahl reingehen ich vermute mir sterben also sicher bin ich ich würde das schon mal ausprobieren gehst du mal davor ja ok ich habe jetzt ein gewehr hat das auch ein bisschen gewährmen jetzt hast du visier noch leider nicht meine man passt schon weißt du was ist das für ein 300er das ist und noch was gepasst also ok das ist nur ein zweiter damit drei schuss waffen eine einzel schuss waffe da vorne ist nächste zeit das ist ein laser oh mein gott wir müssen weglaufen wir sind innerhalb der barriere ok das hält ist jetzt auch innerhalb der barriere das heißt ja mal näher ran aber ich glaube die funken töten uns ja und das kann sich passieren alte wir haben jetzt eine beschissene position ausgewählt ich will da hingucken weiter weiter und wie sieht es aus die ganze passabel aus könnte man müssen können Marschmissus nm Marschmissus mit Schokolade und Keks oh jetzt habe ich Hunger oh das ist ein Turm wer ist das denn wer ist was ich werde schon wieder angeschrieben angeschrieben achso in Steam Alter kann ich es ist ja nett gemeint also meistens ist es immer nett aber bei den Aufnahmen ist halt ein bisschen genau ok und jetzt nehmen wir die Beine in die Hand und laufen weg in die Hand nehmen ja versuch's mal versuch's mal ich bin hingefallen ei 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 kein athletisches Talent nein Entschuldigung also ich kann meine Beine leider nicht so verdreht wie du das kannst das haben wir ja letztens mal gesehen also das müssen wir mal echt gesehen haben also wenn Chris seine athletischen Beinverrenkungen zu sich zieht da sieht das schon ziemlich geil aus komm da kommt einer da bist du das ich bin das jetzt hoffe ich nur dass hier oben keiner ist oh da drüben ist schon die Grenze 2 1 ok das geht sich locker aus waren wir hier nicht schon mal äh da gegenüber bei dem anderen Berg rechts waren wir hier waren wir aber auch schon mal das kommt mir so bekannt vor hier war eine hier war jemand mit einer Panzerfaust erinnere ich mich mal ah das war drüben bei dem Zelt da bei dem Turm das ist jetzt von rechts gekommen so und ich bin drüber da gibt es hier Gegner ja hoffentlich 32 leben noch 32 ok schauen wir mal wie wir das sind oh das ist nach einer heiklen Gegend aus da hinten ist einer der läuft den Berg hoch von der von der Dingshof wir müssen hier mal runter ich komme also so würde ich auch gerne den Berg runter runterlaufen und was für Ausdauer die haben die können laufen 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 ich wäre schon nach 300 Metern platt ja ich auch du bist doch ich glaube die meisten sind gar nicht immer so in der Nähe von der ähm von dem Rand das heißt hier müssten eigentlich relativ wenige Gegner sein im Vergleich ja viele sterben ja schon am Anfang eben der Anfang ist immer das Schwierige finde ich ja und wenn du das überlebt hast dann glaube ich blüht dir alles eine freie Zukunft du bist optimistisch ich hoffe es ich tue wenigens ich kann ich habe immer ein Pokerface ich komme hierauf so move schon wieder alter meistens bin ich eigentlich pessimist weil ich es nicht beschreiben möchte ja wir werden gleich sterben gleich und dann bist du irgendwann erster Platz und dann so ja easy ja das war ja dann ein Game hm ich weiß nicht wo ich glaube leben wir mal hier lang schauen wir dass wir hier bei den Felsen bleiben damit wir ein bisschen Schutz haben ich habe gerade mein Radar eingeschaltet mein Radar sagt nichts wer sagt wer? ich habe gerade mein Radar eingeschaltet hast du es nicht gehört? ne bumm bumm ja du hast aber ein komisches Radar ja bum bumm ok wie schaut es aus? sehen tue ich überhaupt nichts warten wir noch kurz bevor wir runter springen ja können wir machen ich glaube die meisten werden alle ah von da vorne kommen jetzt ich tritt hier von Osten ok gehen wir mal hinter den Stein da ohne Seifehörs ah da ah da sind sie ich sehe sie schon so wie weit? 100 Meter entfernt? viel zu weit Alter viel zu weit zu weit weg? ich weiß nicht ob ich schießen soll oder scheiße Alter du wahnsinniger ne hilft nichts hast du doch getroffen oder? ja ein bisschen aber ich glaube das hat gerade mal die Schutzweste gekratzt na gut aber jetzt hast du halt naja egal was ist denn da? ich muss halt ganz ehrlich sagen ich mag es nicht so gern in der Nähe der Wand zu sein hast du Angst wenn die Barriere startet? ja genau aber jetzt haben wir hier nicht mehr so viel zum laufen wie weit wie weit sind wir denn? oh das ist schon schon ziemlich eng geworden hier 18 Spieler gibt es noch ich hätte gerne mal ein Visier ich habe gerade nur eins gefunden oder? ganz ehrlich zu sein da vorne ist ein Zelt ok ich sehe schon da sind sie wo eingebaut sind siehst du sie? ne wo bist du noch? da oben da ich sieh sie ja 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 ok laufen jetzt weg schon sehr gut also von dir machen keine Angst haben dann laufen wir weiter in die Mitte das sind nunme 16 Spiele das heißt 14 Leute müssen wir noch killen folgt jetzt einfach mal blind in den Tod wahrscheinlich ach der Dom ist meint das ah da oben läuft der nächste ok das geht sie mit den Felsen genau ich werde angeschossen ja ich sehe schon wo sind die denn immer? das sagt er ok und hier ist nirgends Schutz ist das nicht geil ok der Felsen-Wack der könnte uns helfen oder nehmen wir ihre ja wir nehmen ihre Barrieren oh WTF WAS?! hinter uns ich werde angeschossen so hier bleiben wir die haben uns extra für uns aufgestellt naja super nett wo laufst du hin? hast du Bankkillers? naja was? Bankkillers? ja ja ich habe Bankkillers aber wo sind die Gegner? ähm komm ein bisschen zu mir her ich glaube du bist innerhalb der Barriere nein will ich nicht es ist mehr so ah die sind hier in diese Richtung gelaufen wo ich jetzt nicht schaue ach doch was ist jetzt los? hey was war das denn grad für ein Geräusch? ah mein Hund glaube ich echt? ja ok ich sehe den aber auch nicht WTF? ah da ist er ich sehe ihn wo ist der? wo ist der? alter äh wo ist der enemy? siehst du ähm ok du siehst den von hier glaube ich nicht aber ich sehe ihn ich sehe ihn nicht mehr siehst du ihn? äh kurz noch gesehen aber er ist glaube ich Ich schau mal, wo wir hinlaufen müssen. Ach du meine Güte, wir haben die längste Strecke zum laufen. Warum? Ja, warum? Ja, ich seh's gerade auf der Web. Ah, das ist Munition, das ist Munition. Warte mal, ich schau, ob ein Medikit drin ist. Da ist eine gute Weste drin. Ah, das ist laufen. Okay, warte, 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 ich muss das Visier jetzt draufpacken. Ah, ich will laufen 50 Sekunden, starte die Barriere. Mach das nachher. Okay, 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 okay. Okay, schau mal, dass wir Hügel um sind. Wir werden sterben. Ah, die Barriere kommt. Wir werden sterben. So. Wir werden sterben. Alter. Okay, hier, genau, gleich rechts von mir. Ich muss hinsetzen. Oh, okay, bloß darauf. Da müssen wir eigentlich jetzt sicher sein. Schieb mir einen Visier. Schießt du? Nein. Ich will mich ducken. Du bist ein leichtes Ziel. Aber von wo? Rechts von dir müssten die kommen. Ach, schießen. Ich weiß nicht einfach anders, ob es hinter mir wäre. Meine Fresse. Was hast du benetzt? Das ist ganz normal. Ich hab mir jetzt doch erst neulich neue Studio-Kopfhörer gekauft. Und die hast du heute an, ne? Ja. Alter, sag dich, wer schießt denn da? Bist du das? Ich bin das. Da ist einer an dem Stein. Welchen Stein? Oh. Links von dir hat der Stein? Ach so, nicht nur. Nein! Wo? Wo hat mich der jetzt getroffen? Wo? Alter, das war knapp. Bist du tot? Nee. Fuck. Wenn ich jetzt laufen muss, ist das meine Hände. Da war ein Zelt, beim Zelt ist leider drin. Was? Er schießt auf mich. Da ist nichts von dir. Wo? Ja, ich hab ihn. Lauf! Wo? Ah, ich hab ihn schon gekippt von dem Bugs ganz ran. Ach so. Okay. Danke. Homemove first. Gibt's doch nicht. Alter. Ich hab ihn. Hast du den am Zelt? Ja. Sehr schön. Warum machst du die Kills damit nicht? Ach, du brennst davor, oder was? Ich hab den nächsten. Weiter. Alter, was ist das? Drei sind noch. Da ist eine Nächte. Ich glaub, du schießt gleich an mich. Oh, sie sind doppelt. Drei ist zweit mit ihm. Okay, ich bin drin. Oh fuck. Haben sie dich? Ich muss rennen. Wegen der Barriere. Du schaffst es mir. Alter, bitte. Hast du es geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Geil, ich nur mit den Beinen gegen uns bein. Alter, das schaffen wir noch. Warten, bis die zu uns kommen. Okay. Es sei denn, es... Ja. Alter, mein Herz klopft gerade ganz wild. Hast du noch viel Schuss? Nee, nicht mehr so viel. Ah, dann lass ich lieber. So, bis in... Du schießt aber auch auf den gerade. Ja, ich hab ihn zweimal gehitet. Wurde hin? Ach du Scheiß. Genau bei Ihnen, Alter. Ist das nicht unfair? Ja. Wir müssen davor laufen. Das hilft nichts. Ich hab gleich keine Muni mehr. Ich hab nur noch 20 Schuss im Neck. Warte mal. Ich hab ne Pistolen-Munition. Ich lauf zu dir. Ich hab keine Pistole. Ich hab ein Gewehr. Ach du Kacke. Ey, das war knapp. Nein, ich bin rausgetappt! Es tut doch was. Aus Versehen. Warum bin ich rausgetappt? Alter Aus Versehen auf die Tasse gekommen. Ich wollte eigentlich nur nicht Escape grad drücken. Ich höre ihn laufen, aber ich sehe ihn nicht. Bist du noch innerhalb der BR, oder so? Ja, ja. Jetzt muss ich aber rennen. Nein, ich bin tot. Ich habe ihn. Nice. Eine gegen einen. Alter, wenn ich den schaffe, dann... Alter. Die Mauer, oder? Ja, ich bin noch innerhalb, also kein Problem. Alter, mein Herz kauft immer mehr. Gleich hat mein Herzinfarkt. Ich kann mir vorstellen, dass er bei den Schilden ist. Ja, ich höre ihn da laufen, aber ich sehe ihn nicht. Siehst du ihn irgendwie? Nein, ich sehe ihn auch noch nicht. Granaten habe ich auch keine mehr. Geil. Alter, was? Wieder? Jetzt geht es gleich um die Wurst. Alter. Um das letzte Battle. Da, rechts, da bei den Dauerfeuern. Links. Oh, what the fuck? Da, rechts, da, rechts, da, rechts, da, links, 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 da Es gibt nicht, Alter. Die Ware kommt, aber er muss jetzt. Ich glaube, er ist noch drin. Naja, er ist noch drin, aber trotzdem. Was? Ich habe gewonnen! Du hast gewonnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, so geiles Teamplay! Yes, Alter! Alter! Alter, endlich! Mir ist so schlecht! Boah, 1000 Coins! Alter, und der Champions-Truhe! Ah, geil! Alter, wie nice ist das denn? Ah, mein Blutdruck! Ah, ich will gleich nachschauen, was wir bekommen haben! Ja, Mann. Gleich hoch! Moment, wo können wir die öffnen? Ja! Wiesen! Nee, wo öffne ich die? Loot-Kritz! Loot-Kritz, ne? Ich habe einen Helm bekommen, eine Hose von Anarchisten und einen... Open! Taunt! All the Ladies! Ich habe einen Helm bekommen, eine Weihnachtsmütze und einen Rangam-Dance! Geil! Alles klar! Geil, nice! Also für das, Leute, müsst ihr jetzt bei uns ein Like dalassen! Also das war geil! Geil, Digga! Boah! Alter! Ja! Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, Leute! Nicht natürlich nicht vergessen, kommentieren, liken und ein Abo dalassen beim Chris Cookie oder bei mir! Würde mich auf jeden Fall super freuen! Wir freuen uns! Ja! Geile Runde! Bis zur nächsten Runde oder Folge! Bis dann, Leute! Ciao! 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 Ciao!